Ich begrüße jetzt Vertreter und Vertreterinnen aller Parlamentsparteien. Regierung und Opposition sind da. Herzlich willkommen den Sozialsprecher der SPÖ, Josef Muchitsch. Schönen guten Abend. Peter Weidinger von der ÖVP, Konsumentensprecher, ist bei uns. Von der FPÖ begrüße ich Dagmar Belakowitsch, Sozialsprecherin. Von den Grünen begrüße ich Sozialsprecher Markus Kurzer. Schönen guten Abend. Und von den Neos-Sozialsprecher Gerald Lorca. Guten Abend. Ich möchte leicht das aufgreifen, was Frau Brodose gesagt hat. Und das direkt weiterreichen an die Regierungspartei, an Sie, Herr Weidinger. Warum ist das nicht angehoben worden? Man bekommt jetzt oft keinen Wunk aus dem Zuschuss. Weil die Grenze immer noch dort ist, wo sie lang vor den Teuerungen war. Was haben Sie da vor? Also ich möchte mich zunächst herzlich bedanken bei der Frau Brodose, dass sie den Mut hat und dieses zivilgesellschaftliche Engagement auch aufbringt, um sich hier für andere Menschen auch zu engagieren. Für uns ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir die Menschen unterstützen und dass wir schnell helfen. Deswegen haben wir auch die Einmalzahlungen gleich zu Beginn des Jahres mit 300 Euro für sozial einkommensschwache Gruppen eingeführt. Und wir haben viele Maßnahmen gemacht, wie jetzt zum Beispiel wieder 300 Euro, dann der Klimabonus mit 500 Euro. Die haben wir schon besprochen heute mit dem Sozialminister und auch schon eingeblendet, was alles kommt. Trotzdem die Frage, viele, die eigentlich früher Anspruch gehabt hätten, auf zum Beispiel einen Wohnkostenzuschuss, einen Heizkostenzuschuss, haben es jetzt nicht, weil das nicht mitgewachsen ist. Also wir nehmen jetzt eine Valorisierung vor mit 01.01.2023 von allen Sozialleistungen, um dementsprechend auch hier anzuziehen. Und wir haben keine Denkverbote. Uns geht es darum, schnell und unbürokratisch den Menschen zu helfen. Und lassen Sie mich noch eine Zahl am Ende noch nennen. Wir haben europaweit, sind wir neben Luxemburg das Land, das am meisten in die Menschen investiert, weil es uns wichtig ist, die Menschen in dieser Situation zu unterstützen. Und dort, wo es Nachschärfungsbedarf gibt, sind wir bereit, über alles zu diskutieren. Herr Muchitsch von der SPÖ, gehen wir mal ins Grundsätzliche. Also wir sind in einer Ausnahmesituation, politisch natürlich. Unterstützen Sie das? Sagen Sie, die Regierung macht das Richtige oder wo fehlt es Ihnen? Vorweg möchte ich mich bei Ihnen und Ihren Sender bedanken für diese Sendung. Ich habe versucht, ab der ersten Minute zuzuhören. Und ich glaube, es zeigt wirklich sehr realitätsnah auf, wie sich das weiterentwickelt und leider auch noch weiter verschärfen wird. Einmalzahlungen helfen schnell, helfen aber nur kurzfristig. Und es ist toll, wenn man Rattenzahlungen vereinbaren kann. Wenn aber die Preise trotzdem weiter steigen, kommen immer mehr Menschen, immer mehr in dieses Dilemma von dieser Teuerungswelle erfasst zu werden. Und Einmalzahlungen sind nicht dafür geeignet, die Inflation zu bekämpfen. Und das ist eigentlich mein größter Kritikpunkt. Inflation bekämpft man anders. Inflation bekämpft man so, wie es andere Staaten in Europa uns täglich beweisen. Nämlich, dass sie die Preise senken. Dass es einen Deckel gibt auf Energie, auf Gas, auf Strom, auf Sprit, auf Wohnen und auf Nahrungsmittel. Und das ist für mich unverständlich, dass hier in einer Zeit, wo die Armutsquote steigt, dementsprechend nichts getan wird, um die Inflation, das heißt diese Preistreiber, in den Griff zu bekommen. Und das versteht niemand, weil damit lösen wir nicht das Problem mit Einmalzahlungen. Die sind nicht nachhaltig. Herr Kutzer, warum passiert das nicht? Andere Länder haben das ja gemacht, die haben Preisbremsen schon lange eingeführt. Warum nicht? Die nicht. Das Erste ist, wir haben tatsächlich auch so etwas wie Preisbremsen eingeführt. Das ist nur zu wenig im Bewusstseinsfehler. Wir haben beispielsweise, wie auch in Deutschland, als Preisbremse, beziehungsweise als Versuch, die Preise zu dämpfen, die Abgaben auf Elektrizität, auf Erdgas gesenkt. Wir haben die Ökostrompauschale und den Ökostrombeitrag ausgesetzt. Alles das sind Maßnahmen, die in Wirklichkeit die Kosten für Energie verbilligen. Aber es ist kein Deckel, was der Herr Muchitsch sagt, es soll einfach gekappt werden. Kein Deckel, wir arbeiten aktuell auch, und das wird auch nächste Woche präsentiert, an ein Modell eines Energie-, eines Strom-, Elektrizitätsgrundbedarfs, wie bereits angekündigt worden ist im Rahmen des Ministerrats. Das heißt, um eben die Teuerung im Bereich der Elektrizität abzufedern, abzufangen und tatsächlich eine preistämpfende Wirkung zu erzielen, man muss nur eines auch sagen. Heute sind gerade die Inflationszahlen der aktuellen europäischen wieder veröffentlicht worden. Und alle die Länder, die oft als Vorbild hergenommen werden, als Beispiele für Preisdeckel, ob es Slowenien ist, ob es Spanien ist, ob es Portugal ist, haben alle höhere Inflationsraten als Österreich. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass das schlecht ist, was dort gemacht wird, grundsätzlich. Nur, es wirkt nicht in allen Ländern alles gleich, wie in wir beispielsweise. Herr Kurzer, wir kommen noch mal darauf zurück. Wir müssen nämlich gleich eine kurze Pause machen. Und ich möchte vorher noch einen Satz von der Frau Belakowitsch und von Herrn Larker hören, damit wir wissen, worüber müssen wir weiterreden. Frau Belakowitsch, was sagen Sie zu den Plänen der Regierung und zu dem, was sie schon tut? Also zunächst einmal möchte ich sagen, dass diese Regierung schnell hilft. Das halte ich für ein Gerücht. Wir haben jetzt bald Jahrestag, da haben wir das erste Mal darüber diskutiert. Im Parlament, nämlich im September vorigen Jahres, da haben wir einen Antrag bereits gegen die Energiearmut eingebracht. Das ist ja nicht ein Phänomen, das jetzt aufgetreten ist, sondern das war ja vorhersehbar. Das kam auch nicht aus dem Nichts und aus dem Nirwana. Da ist überhaupt nichts passiert, ein Jahr lang. Dann hat man sich mit Einmalzahlungen versucht rüberzuretten. Das ist alles sehr nett, aber man darf ja nicht übersehen, bei sehr vielen Menschen, so wie die Frau Boles hat gesagt, die Armut ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Wir reden jetzt nicht mehr von Leuten mit ganz niedrigem Einkommen, sondern von Leuten mit einem Durchschnittseinkommen, die sich das Leben nicht mehr leisten können, die wirklich verzweifelt sind. Und das heißt, da braucht es natürlich ein Maßnahmenbündel. Einmal Zahlungen gehen oftmals aufs Konto und die Bürger spüren es nicht, weil das einfach irgendwo im Minusbereich ein bisschen abgedeckt wird. Das heißt, die Leute haben überzogene Konten. Da ist es nett, wenn jetzt 500 Euro raufkommen. Ich will das ja nicht schlechtreden. Das ist viel Geld im ersten Blick, aber im zweiten Blick bleibt am Konto gar nichts. Es bleibt das Minus, es ist ein bisschen geringer. Darüber sprechen wir gleich, Frau Belakowitsch. Wir greifen das alles auf. Herr Lorca, von Ihnen einen Satz noch, worüber regen Sie sich am meisten auf als Oppositionspartei? Um etwas Positives zu sagen, die Regierung hat vieles richtig gemacht mit den Einmalzahlungen. Das muss man anerkennen. Das heißt zum Beispiel für einen Ausgleichszulagenpensionisten de facto mehr als eine 15. Pension, was da heuer an Einmalzahlungen geflossen ist. Vergessen wurde die Mitte. Das hat die Frau Brotesser auch angesprochen. Es betrifft auch Menschen, die arbeiten gehen und bei denen es trotzdem knapp wird. Und da ist die Steuerbelastung auf Arbeit zu hoch. Der Staat sollte den Menschen mehr von ihrer Arbeit lassen, damit sie mehr haben. Weniger Abzüge. Auch darüber werden wir gleich sprechen nach einer kurzen Pause und auch darüber, wie es den Unternehmern geht. Wir haben einen Unternehmer bei uns, der hatte eine Energierechnung von 7.000 Euro und jetzt muss er 60.000 zahlen. Wie soll sich das ausgehen und was tut da die Politik? Weil da geht es auch um Mitarbeiter, um Löhne, um ganze Familien dahinter. Bleiben Sie dran, wir sprechen da gleich weiter. Wir sprechen darüber, wie die explodierenden Preise sich auf Ihr Haushaltsbudget auswirken. Sie haben uns viele, viele Fragen geschickt. Wir haben jetzt eine Runde von Politikerinnen und Politikern hier, aller Parteien, mit der wir diskutieren, was muss die Politik jetzt tun. Aber wir sprechen auch darüber, was haben Sie uns gesagt. Wir hatten ja eine Umfrage laufen während der Sendung. Florian Danner hat die Ergebnisse. Wir haben unter anderem die Frage gestellt, schränken Sie sich zum jetzigen Zeitpunkt im Vergleich zu vorhin ein? 81 Prozent der Zuschauerinnen und Zuschauer sagen, ja, sie schränken sich ein. Andere Frage, verschieben Sie größere Anschaffungen oder Urlaubsreisen? Auch da sagen 74 Prozent, ja, das tun wir. Gehen Sie davon aus, dass Sie im nächsten Jahr ärmer werden? Unglaubliche 86 Prozent der Menschen, die abgestimmt haben, sagen, ja, sie gehen davon aus, dass Sie im nächsten Jahr ärmer werden. Und auf die Frage, welche Maßnahme sollte die Regierung jetzt als erstes ergreifen, sagen 44 Prozent, ein Preisdeckel für Gas und Strom wäre eine Idee. Gefolgt dann mit Abstand von Besteuerung von übergewinnender Energiekonzerne, dann Mehrwertsteuer für Grundnahrungsmittel aussetzen und Sozialleistungen und niedrige Pensionen erhöhen, sagen immerhin noch 10 Prozent. Ich glaube, das ist auch gleich ein Handlungsauftrag für die Menschen, die bei dir sitzen. Ja, das sind schon erschreckende Zahlen. Also von Ihnen, das sind jetzt Puls4-Zuseher und Zuseherinnen, die abgestimmt haben. 86 Prozent sagen, sie haben Angst, in die A-Bahn abzurutschen. Herr Weidinger, es hat einige Kritik gegeben hier in der Runde von der Opposition und dem, was die Regierung dagegen tut. Zum Beispiel, Frau Belakowitsch hat gesagt, vor einem Jahr wurde schon darüber gesprochen, da was zu tun und es ist nichts passiert. Warum denn nicht? Warum haben Sie nicht vorausblickend reagiert? Ich halte fest, in der ersten Runde ist fast von allen Seiten her gekommen, dass der Einmalzahlungen gut und wichtig sind. Das stimmt, das möchte man auch festhalten, das haben alle gelobt. Und wir haben natürlich auch nachhaltig gearbeitet und auch Beschlüsse gefasst, sowie die ökosoziale Steuerreform, die den Menschen mehr netto vom Brutto lässt und das nachhaltig. So haben wir zum Beispiel, weil es ja auch klar zum Ausdruck kommt durch Ihre Umfrage, dass das Gefühl, dass die Armut auch Richtung Mittelstand marschiert, haben wir auch den Klimabonus für alle, weil alle hier auch in einem großen Ausmaß betroffen sind. Und nicht nur das, sondern wir haben durch die Abschaffung der kalten Progression auch einen wesentlichen Beitrag geleistet, dass die Menschen mehr netto vom Brutto bleibt. Plus eben, dass wir einen Spielraum haben, dass wir besonders sozial betroffene Gruppen auch finanziell unterstützen können. Ich glaube, da gibt es Wortmeldungen dazu, Herr Weidinger, Herr Muchitschüter. Ach, Herr Kollege Weidinger, das greift ja zum Teil jetzt noch überhaupt nicht, die kalte Progression und Ansage. Die Menschen haben jetzt ein Problem. Jetzt haben sie ein Problem, weil sie nicht wissen, wie sie mit diesen Belastungen bei Mieten, bei Strom, bei Gas, bei Energie, bei der Zapfsrolle, wenn die Menschen jetzt zur Arbeit fahren, weil sie nicht in der Stadt wohnen, zur Tankstelle fahren und sie wissen, wir zahlen 20 Cent pro Liter Diesel zu viel. Und die Regierung macht nichts, um diese 20 Cent zu senken, obwohl es dazu ein Gesetz gibt. Das stört die Menschen, dass jetzt nichts passiert, dass jetzt nicht die Preise gedeckelt werden, was langfristig mit einer kalten Progression ist. Also wenn die einmal greift, dann zu sagen, und dann später zahle ich meine Ratten zurück, weil mir netto ein bisschen mehr überbleibt, das ist zu spät. Die Menschen brauchen jetzt Hilfe, jetzt eine Entlastung, jetzt Preise runter. Wir haben auch einige Stimmen bekommen, Sie haben uns ja sehr, sehr viele Fragen geschickt. Zum Beispiel gibt es Kritik daran, dass jeder gleich viel bekommt, was Sie gerade gelobt haben, aber hier hat ein Zuseher eine andere Meinung. Es wird das Brot teurer, kein Mensch weiß warum. Meistens hört man dann Ukraine und dann ist alles erklärt. Das Gas wird teurer, das Strom wird teurer, alles ist Ukraine. Und für mich nicht nachvollziehbar. Dann gibt es auch Kritik daran, dass mit einer Gießkanne ausgeschüttet wird. Das ist jetzt ein anderer, aber fragen Sie sich das auch an, da hätte ich auch keine Antwort drauf. Okay, das liegt jetzt noch nicht vor, aber dann gebe ich es direkt an Sie, Herr Kutzer. Also es gibt Kritik daran, dass einfach breit ausgestreut wird und es gibt Kritik daran, die Regierung tut zu wenig, um die Preise zu deckeln, obwohl es ginge, zum Beispiel beim Benzin. Ich habe es schon zuerst erwähnt, dort wo in den Ländern, wo die Preise beispielsweise für Benzin gedeckelt worden sind oder eine sehr beliebte Erforderung, auch immer wieder die Mehrwertsteuer auf Benzin zu senken beispielsweise, hat diese Maßnahme leider nicht zu die Wirkung gebracht, die erhofft und erwartet worden ist. In Deutschland ist genau das, was immer wieder vorgeworfen wird bei den Einmalzahlungen und Soforthilfen, dort ist die Mehrwertsteuersenkung einfach verpufft. Und innerhalb kürzester Zeit waren die Preise in Deutschland, was den Benzin betrifft, den Diesel betrifft, wieder dort, wo sie vorher waren. Wir haben beispielsweise in den Ländern, wo in Ungarn der Preistekel eingeführt worden ist und in anderen Ländern, in Slowenien, wurde der Preistekel für Benzin beispielsweise abgeschwächt, weil er für den Staat nicht mehr leistbar war. Okay, Sie sind kein Feind von Preistekeln, weil Sie nicht einführen? Nein, 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 da sage ich überhaupt nicht. Ich muss mir denken, wo ist er sinnvoll, wo ist er gut und wo bringt er da täglich was und bringt er auch sehr viel was. Und wir haben ja bereits gesagt, es wird im Bereich des Stroms, der Elektrizität, wird es einen Preistekel in Form einer Grundversorgung, des Grundbedaums für die Haushalte geben. Das ist ja zu wenig, das ist der Strom, wenn ich Gasbezieher bin. Und wir werden weiterschauen, bei den Gasbezieherinnen, wir haben insgesamt das Problem, bei der Wärme ist wieder das, ja, Gas ist teuer, auch da wird man sich was überlegen müssen, nur es gibt andere Heizformen. Wann, 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 wann überlegen, wann wird sich überlegen müssen. Frau Velakowitsch, bitte noch dazu. Entschuldige nicht, man wird sich überlegen müssen, man muss handeln, man muss tun. Und man hätte es vor Monaten tun müssen, weil wir sind morgen im 1. September, die Heizphase steht vor der Tür. Also viele Leute sind ja tatsächlich verzweifelt, weil sie mit dem Gas heizen, weil sie das Warmwasser übers Gas beziehen. Also jetzt sozusagen, wir werden und wir wachen und wir reden und wir diskutieren, die Zeit ist zu spät. Ja, aber Sie ignorieren ständig, dass wir bereits sehr umfassende Pakete geschnürt haben. Ja, aber das sind nicht nachhaltig, nein, das sind Einmalzahlungen. Nein. Und die Nachhaltigkeit. Ich glaube, das ist jetzt recht schlau, wo sich da die Kontekminen befinden. Ich glaube, man muss schon zwei Sachen auch sagen. Einerseits, die Lohnverhandlungen stehen vor der Türe, wo die Gewerkschaften um Lohnerhöhungen kämpfen. Das ist ihr Job, ihre Aufgabe, um die Inflation abzudecken. Auf der anderen Seite haben wir sowohl mit der teilweise Abschaffung der kalten Progression, beziehungsweise dieser Aufteilung. Das ist ja noch gar nicht abgeschafft, da ist ja noch gar nichts passiert, das ist doch nur eine Ankündigung. Ja, es ist in Begutachtung, die Gesetze des Gesetzeswurfs und mit der automatischen Erhöhung, Indexierung der Sozialleistungen wird genau eben nicht dieser Einmaleffekt nur bezielt, sondern dauerhafte Maßnahmen. Danke, Herr Kurzer, für die Aufklärung. Wir haben jetzt einen Unternehmer bei uns, bei dem so richtig eng wird, weil bei dem hat sich die Energierechnung vervielfacht. Florian, bei dir. Bakus Hagan, nämlich aus Hollerbrunn in Niederösterreich, verachteinhalbfach hatten sich da die Gaskosten in ihrer Autowerkstatt. Warum? Der Vertrag ist rausgelaufen, also Ende August und der war drei Jahre gültig und somit habe ich den neuen Vertrag bekommen mit den neuen Preisen und somit ist das eine achteinhalbfache Erhöhung und komme auf 60.000 Euro. Was erhoffen Sie sich oder erwarten Sie sich von den Politikerinnen und Politikern? Naja, ich möchte den Herrn Weidinger ansprechen, weil er in der Regierung sitzt beziehungsweise eigentlich eher als Unternehmer mich vielleicht anspricht oder ansprechen sollte, sagen wir so. Ich möchte konkret von Ihnen wissen, gibt es für Unternehmer, die so eine exorbitante, hohe Verachtfachung, Verzehnfachung haben, eine Unterstützung, eine Unterstützung vom Staat? Herr Hager, ich kann gut mit Ihnen mitfühlen und wir haben eine Verantwortung, dass wir Sie unterstützen und die Betriebe in diesem Land, weil Sie schaffen Arbeitsplätze und Sie sorgen dafür, dass wir dann nach der Krise wieder richtig durchstarten können. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ich bin Ihnen, Energiepreisbremse kommt jetzt für die Haushalte und analog dazu muss es das auch für die Wirtschaft, für Sie geben, dass Sie über die nächsten Monate kommen. Wir arbeiten daran, wir werden das auch gemeinsam mit dem Koalitionspartner umsetzen, weil wir müssen unseren Beitrag leisten, dass Sie als Betrieb einfach weiterkommen und wie Sie es ausgeführt haben, diese Preise sind kaum ohne Unterstützung von Seiten des Staates finanzierbar und umsetzbar und wir sind dahinter, dass wir das für Sie so auf die Schiene bringen, dass Sie und weitere Betriebe in Österreich gut arbeiten können. Also ich bin gespannt, ob das dann hoffentlich so kommt. Nur wir sitzen mit dem, also Arbeitgeber, Arbeitnehmer sitzt in einem Boot vorweg. Das möchte ich schon noch in der Muchitsch sagen. Und was ich hier zum Beispiel überhaupt nicht nachvollziehen kann, es ist natürlich wichtig, dass es Lohnerhöhungen gibt. Das ist kein Thema, freilich. Aber der Unternehmen muss sie auch bezahlen können, letztendlich. Und wenn durch die Inflation die Lohnerhöhung exorbitant im Verhältnis hoch ist, 8, 9, 10 Prozent, wie auch immer, plus die exorbitante Energiekosten, dann wird das für laut Prognosen für 40 Prozent der Unternehmen sehr eng. Was bedeutet das letztendlich? Extrem viele Arbeitslose mehr, was den Staat letztendlich zehnmal mehr Geld kostet, also wenn sie irgendwie versuchen, den Unternehmer zu stützen. Ich bin bei Herrn Muchitsch, dass das eine Einmalzahlung im Prinzip eh lieb ist für jeden Angestellten, wie auch immer. Aber letztendlich muss es eine Möglichkeit geben in Zukunft. Das muss erfolgswirtschaftlich sinnvoll sein, ist sinnvoll. Und da fragt man sich halt, wie eine Gesellschaft funktionieren soll. Es muss ja jeder letztendlich allein existieren können. Es muss ja eine Möglichkeit geben, dass sie existieren kann. Und das ist, finde ich, das Wichtige. Es muss ein Unternehmen ein Geld verdienen können, dass er seinen Mitarbeiter genug Gehalt zahlen kann und nicht in ein Skiflager kommt. Und das passiert im Moment dann überhaupt nicht in der letzten Zeit. Und ich finde auch zum Beispiel, die Lohnnebenkosten sind einfach zu hoch. Da reden wir, also ich bin jetzt seit 30 Jahren Unternehmer, seit 30 Jahren höre ich jedes Jahr dasselbe. Dann brauchen wir mal was der Herr Muchitsch dazu sagen. Herr Muchitsch, es sind jetzt die Lohnerhöhungen, stehen jetzt an, also Sie verhandeln gerade. Für Unternehmer, die Leute brauchen es ganz klar, für Unternehmer kann es einfach den Betrieb sprengen. Ja, aber zu dem Problem, das der Herr Hagen angeschnitten hat, aber vielleicht macht es wieder einen Arbeitskreis und berichtet es in ein paar Monaten, ob sich etwas tut. Aber wie auch immer, das ist etwas zynisch gemeint jetzt. Das Problem ist seit April bekannt. Seit April. Und andere Staaten zeigen, wie es geht. Und wenn wir einen Preisteckel jetzt reden, dann reden wir über einen Preisteckel über alle Energiepreise. Was die Regierung uns bis heute Mitternacht versprochen hat, ist eine Strompreisbremse. Aber es gibt andere Energieorten auch noch, was ich weiß. Das, was der Herr Hagen meint, da geht es auch um andere Energieformen. Da geht es um einen Gaspreisdeckel. Da geht es um andere Dinge auch noch. Und wenn die Unternehmer jetzt schon die große Befürchtung haben, dass ihnen die Lohn- und Gehaltsverhandlungen natürlich ein Thema ist, aber nicht das Hauptthema, die anderen Streitungen bei Strom, bei Gas, bei Energiekosten, das sind ja die wesentlich größeren Herausforderungen, auch für die Unternehmen. Weil gerade die Klein- und Mittelunternehmen sind jene, die die Leute beschäftigen, die die Stütze der Wirtschaft und letztendlich der Garant sind, dass der Finanzminister jetzt 11 Milliarden mehr einnimmt, als was er budgetiert hat, laut Agenda Austria. Aber es nicht bereit ist, den Menschen eins zu eins zurückzugehen. Herr Weidinger, da war die Frage noch offen, wann kommt das? Strompreisbremse oder Deckel für Unternehmen? Wann kommt das? Diese Regierung arbeitet Tag und Nacht und nimmt ihre staatspolitische Verantwortung wahr und hat deswegen jetzt, weil es so dringend war, ein Wiener-Thema vorgezogen, um das zu einer guten Lösung zu finden im Interesse von zwei Millionen Wienerinnen und Wienern. Die Strompreisbremse wird demnächst umgesetzt. Ich kann Ihnen jetzt kein Datum nennen, das wäre jetzt von mir unseriös, aber wir arbeiten genauso mit dem Hochdruck daran, für die Wirtschaft, gerade für Sie als KMU-Vertreter, das genau däto umzusetzen, weil uns die Dringlichkeit absolut bewusst ist. Und lassen Sie mich noch eines sagen, weil hier wird immer der Eindruck gemacht, wir würden nur Einmalzahlungen machen. Das machen wir nicht. Wir machen nachhaltige Entlastungen. So haben wir auch die Lohnnebenkosten. Die werden gesenkt. Das haben wir bereits beschlossen. Das wird mit Ersten und Ersten auch gemacht. Kein Riesenschritt, aber ein Schritt in die richtige Richtung. Weil das Regierungsprogramm von ÖVP und von den Grünen sieht Entlastungen vor. Und diesen Kurs der Entlastungen, den gehen wir konsequent weiter. Daher haben wir auch einen Gebührenstopp in Österreich gemacht, im Gegensatz zu anderen. Und wir unterstützen strukturell, so wie die Familienbeihilfe jetzt auch zusätzlich ausgezahlt wurde, für 1,8 Millionen Kinder, als auch die Valorisierung, wie es der Kollege angesprochen hat. Und wir haben, das möchte ich als letzten Satz hier anfügen, wir haben kein Denkverbot. Jeder Vorschlag ist willkommen, dass wir gemeinsam durch diese Krise gestärkter vorgehen können. Ich glaube, der Herr Lorca hätte einen. Zum Thema Lohnnebenkosten hat mein Parlamentsklub eine Studie in Auftrag gegeben bei der Ekonomika. Und da kommt als Einsparungspotenzial nicht 0,3 Prozentpunkte heraus, wie es die Regierung beschlossen hat, sondern jenseits der 5 Prozentpunkte. Vor allem kann man dort ansetzen, wo Lohnnebenkosten gar nicht den Arbeitnehmer betreffen, wo also auf der Arbeit eine Last drauf ist, etwas finanziert wird, was nicht arbeitnehmerbezogen ist. Das sind Kammerbeiträge, das ist aber auch Familienlasten-Ausgangspro. Warum habe ich auf den Löhnen die gesamte Familienbeihilfe, auch für alle Leute, die nicht Arbeiter und Angestellte sind? Das gehört anders finanziert, dass wir Arbeit entlasten und damit Luft schaffen für die Lohnerhöhungen, die auch die Gewerkschaft zurecht einfordert. Wir müssen den Unternehmen die Luft geben, weil die zahlen ja einem guten Mitarbeiter gern einen guten Lohn, aber es muss sich betriebswirtschaftlich ausgehen. Und dort ist der Staat vorrangig dran. Dort, wo der Staat hohe Steuern und Abgaben selbst beschlossen hat, ist er als erstes dran, sich zurückzuziehen und den Menschen wieder Luft zu geben. Kurze Antwort, Herr Weidinger. Wir senken Unfallversicherungsbeitrag als auch den Dienstgeberbeitrag für den Familienlastenausgleich-Fonds. Und das ist notwendig und gut so, gerade um KMUs zu entlasten. Und diesen Kurs werden wir auch weiter fortsetzen. Man muss halt schon ernsthaft darüber diskutieren, wenn wir sehr gerne über Lohnnehmkostensenkungen reden. Was bedeutet das? Was sind die sogenannten Lohnnehmkosten? Das sind die Krankenversicherungsbeiträge zu einem großen Teil. Das sind die Pensionsversicherungsbeiträge, die Arbeitslosenversicherungsbeiträge. Wenn man hier sehr leichtfertig von Senkungen spricht, muss man sich schon auch überlegen, wie man das gegenfinanziert. Das war nicht das Thema. Das Thema war Familienlastenausgleichsfonds. Ja, auch bei einem Familienlastenausgleichsfonds, glaube ich, da hätten wir andere Möglichkeiten, das zu finanzieren. Da müssen wir auch überlegen, wie man das im Budget finanzieren. Und dann ist unsere Antwort, das hat der Sozialminister schon gesagt, Das ist die Frage von vermögensbezogenen Steuern. Ja, mit Rekordeinnahmen aus der Mineralölsteuer, mit Rekordeinnahmen aus der Umsatzsteuer kann der Herr Finanzminister sehr viel finanzieren. Dem spült ja die Inflation das Geld nur so herein. Finanzieren wir auch. Und die kalte Progression, die wird ja dann zu zwei Drittel abgeschafft ab 2023. Das gehört eigentlich rückwirkend ab 1. Jänner 2022 abgeschafft, weil die Menschen jetzt das Geld brauchen und nicht zu zwei Drittel, sondern zu 100%. Der Finanzminister behält seine Hand in der Tasche der Leute drin. Und natürlich, wenn ich sage, ich schaffe die kalte Progression zu zwei Drittel ab, bei einer Inflation von 9%, ist ein Drittel, das er sich immer noch nimmt, mehr als vorher die volle Inflation. Er entscheidet, wie er umverteilt. Wo es aber die Arbeitnehmer bezahlt haben und die Gewerkschaften und Kammern nicht einbezogen sind beim letzten Drittel. Das ist der nächste Kritikpunkt. Wir schaffen glücklicherweise die kalte Progression so ab, dass dem Staat und der öffentlichen Hand noch die Möglichkeit bleibt, auch innerhalb der Gruppe der Menschen, die Lohnsteuer zahlen, der Mensionistinnen, der Arbeitnehmerinnen, dort insbesondere auch hinzuschauen und hinzuverteilen, wo es besonders starke Belastungen gibt. Und das finde ich sehr, sehr, sehr wichtig, weil wir dadurch auch gezielte Maßnahmen setzen können und dadurch nicht die vollkommene Handlungsunfähigkeit, was gerade die Steuerpolitik ist, auch gegeben ist. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das muss man auch setzen. Sie haben Vermögenssteuern jetzt ins Spiel gebracht, wie schon der Sozialminister in dieser Sendung. Sie haben gerade gesagt, über die Mehrwertsteuer nimmt der Staat viel, viel mehr ein. Dazu haben wir auch sehr, sehr viele Publikumsfragen. Zum Beispiel zur Mehrwertsteuer haben Sandra und Theo uns eingeschickt. Ich hole jetzt einen Satz heraus. Warum kann die Mehrwertsteuer bei uns nicht für alles wenigstens auf 5% gesenkt werden, ist die Frage. Das tun auch andere Länder, die senken Mehrwertsteuern. Warum passiert das nicht? Das passiert bei uns deswegen nicht, weil es in vielen Ländern ja auch nicht die erwünschte Wirkung entfaltet hat. Das heißt, nur weil wir hier eine Steuer senken, und ich nehme das Beispiel noch mal her von Deutschland, die das mit den Treibstoffen, mit den Benzinpreisen gemacht haben. Die haben die Steuer gesenkt, haben dabei aber Steuerzahler Milliarden verbrannt, weil die Preise an den Tankstellen nicht gesunken sind. Das heißt, der Einkonsument hat davon nicht profitiert. Wir gehen hier einen klügeren Weg, indem wir Geldmittel für vor allem auch sozial schwache Gruppen zur Verfügung stellen. Lassen Sie mich das Argument ausführen. Es hat ja auch zum Beispiel die Agenda Austria ausgeführt, dass die 15% der sozialeinkommensschwächsten Gruppen in Österreich besonders davon profitieren, von den Maßnahmen, die die Bundesregierung setzt. Aber wie der Kollege Kotzak gesagt hat, man muss sich anschauen, wo es geht und wo es funktioniert. Und wenn wir zum Beispiel Strom anschauen, wo die Unternehmen sehr strengen Kontrollen unterliegen und wo die Unternehmen im Wesentlichen landeseigene und bundeseigene Betriebe sind, dann könnte man natürlich die Umsatzsteuer auf Strom beispielsweise und die Umsatzsteuer auf Gas sehr wohl halbieren. Das haben die Franzosen gemacht und das käme dann auch wirklich an. Oder auch beim Sprit. Auch bei den Lebensmitteln wäre es möglich. Auch bei den Lebensmitteln. Man muss es einfach kontrollieren, bitte schön. Ob sie 20 Cent weniger zahlen wollen pro Liter. Fragt es einmal die Leute. Was würden die Antworten zahlen? Ich bin nicht jeder Jus sagen. Nein, das ist sehr logisch. Warum macht er es dann nicht? Warum geht das dann nicht für uns? Warum soll es nicht gehen? Warum geht es in anderen Ländern? Und eine zweite Frage möchte ich auch noch einbringen, die wir häufig bekommen haben. Weil es ist auch das Gefühl, dass die Schere aufgeht zwischen Arm und Reich. Und es gibt einige, die uns gefragt haben, warum gibt es eigentlich keine Vermögenssteuer. Der Sozialminister hat es heute schon eingebracht. Und hier haben wir auch eine Frage dazu von der Straße. Naja, ich denke, dass Hochverdienende besser mehr bestreut werden müssten. Das ist die einzige Lösung, glaube ich. Oder auch große Firmen, die dann, ich weiß nicht, auslagern und lauter solche Sachen. Also das müsste man regulieren. Der Herr Kurz hat es ja schon gesagt, er ist auch dafür. Ihr Koalitionsbeurteilung will das. Sie wollen es nicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Also Österreich ist ein Hochsteuerland. Und unser Ziel ist es, dass es auch in Zukunft weiter gute, tolle Unternehmungen in Österreich gibt. Da geht es ja mehr um Erbschaften. Ja, aber bei diesen Überschriften muss man sich immer genau im Detail anschauen, was eben dahinter steht. Und wir vertreten die Auffassung, und auf das haben wir uns als Regierung auch geeinigt, dass wir Entlastungen für die Menschen setzen. Und wenn es Themen gibt, weil ich weiß, wie populär das ist, zu sagen, tun wir Übergewinne sofort besteuern, das muss man sich immer genau im Detail anschauen. Wir befinden uns jetzt in einer Situation, wo der Markt und die Gesellschaft so vielen Veränderungen ausgesetzt ist, dass etwas, was gut klingt, nicht automatisch bedeutet, dass es auch diese positive Wirkung hat, vermeintlich für die Allgemeinheit, sondern auch viel Schaden anrichtet. Und daher halten wir es für richtig, kein Denkverbot zu haben. Ich möchte das auch zu der Steuerdiskussion, die wir früher gehabt haben, auch hier sagen, was die Mehrwertsteuern betrifft. Aber alles klug und bedacht. Und jetzt haben wir 26 Milliarden Euro auf den Weg gebracht. Es ist notwendig und gut, dass wir die Wirkung davon genau uns anschauen. Und mit der Strompreisbremse leisten wir hier einen Beitrag, dass der Energieverbrauch der Menschen auch dementsprechend gesiegt wird. Nur, Kollege Weidinger, seit 30 Monaten befinden wir uns in einer Krise. Von der Pandemie jetzt in die Teuerungskrise. Seit 30 Monaten, obwohl wir uns in einer Krise befinden, wo Menschen unverschuldet arbeitslos geworden sind, in die Kurzarbeit gedrängt wurden, wo die Armutsquote steigt und weniger Budget eingebracht wird, weil die Sozialquote sinkt im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt. Die sinkt um 1,3 Prozent 2021. Das heißt, Reiche werden immer reicher und Menschen, die in die Armutsfalle, in die Armutsgefährdung kommen, werden immer mehr. Das ist schließlich nicht das Ausnahmste. 1,5 Millionen Euro. 1,5 Millionen Euro. Und überwiegend Frauen, überwiegend Frauen und leider auch 384.000 Kinder. Und dann zu sagen, wir müssen drüber nachdenken und vielleicht können wir dann etwas tun, damit Vermögen vielleicht auch einen größeren Beitrag zur Bekämpfung der Krise leisten kann. Ja, wann, wenn nicht jetzt? Die Vorschläge liegen am Tisch. Bei allen liegen die Vorschläge am Tisch. Wir setzen sie auch um. Wir haben zwei Entlastungspakete mit 4 Milliarden Euro gesetzt. Was macht man bei der Umverteilung? Wir haben die Ökostrom-Pauschale hinuntergegeben. Wir haben auch die Pendlerpauschale eingeführt. Das ist ja ganz eine tolle Geschichte gewesen. Ich unterbreche sie jetzt mal. Diejenigen, die wenig verdienen, kriegen weniger Pauschale ersetzt. Und diejenigen, die viel verdienen, kriegen mehr Pendlerpauschale. Steuerfreies Absetzbetrag. Dort ist ja eine tolle Geschichte gemacht. Gratulation. Logischerweise gibt es ja sehr unterschiedliche Positionen zwischen Regierungsparteien, Opposition und auch innerhalb. Aber ich würde sagen, lassen wir uns das mal erklären von einem Wirtschaftsforscher. Der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts steht bei Florian Danner. Damit quasi der oberste Wirtschaftsforscher in Österreich, Gabriel Felbermayr. Jetzt haben wir da am Ende eine Diskussion über Vermögensteuern mitbekommen. Sie haben manchmal genickt, manchmal den Kopf geschüttelt. Wieso? Naja, also wie so häufig ist es so, dass viele dieser Argumente alle valide sind. Und zwar gleichzeitig. Also man kann sehr wohl über zum Beispiel eine Erbschaftsteuer Wiedereinführung in Österreich nachdenken. Aber gleichzeitig stimmt, was gesagt wurde, dass Österreich natürlich ein Hochsteuerland ist und dass es nicht darum geht, die Belastungen insgesamt zu erhöhen, sondern das Steuersystem ist zu verbessern. Also Lohnnebenkosten absenken. Ich glaube, da wären sehr viele dafür. Auch die Wirtschaftsforschung im Großen und Ganzen wäre dafür. Aber das muss gegenfinanziert werden. Und da sollte dann auch zum Beispiel den Erbstahlsteuer ein sparsames, gut funktionierendes Modell nicht von vornherein ausgeschlossen werden. Wir wollen ein paar dieser Bullet Points, die da jetzt gefallen sind, auch noch durchgehen. Strompreisbremse, das war auch ein Vorschlag von Ihnen. Worauf muss man da aufpassen und was ist gescheit? Also wichtig ist, dass die Strompreisbremse in, nicht der Preis bremst, sondern die Rechnung bremst. Also das ist schon die Begrifflichkeit nicht ganz so, wie wir uns das wünschen würden. Wir wollen nämlich, dass die Preissignale bei den Menschen ankommen. Aber ohne, dass sie dabei in die Pleite schlittern. Die Sparanreize müssen ankommen, weil wir haben zu wenig Gas und wir haben zu wenig Strom. Und das kann man auch nicht sozusagen mit Steuersenkungen oder mit Einmalzahlungen oder mit der Abschaffung der kalten Progression irgendwie ungeschehen machen. Das ist die Physik, dass wir zu wenig von diesen Dingen haben. Und deswegen müssen Sparanreize kommen, aber so, dass man die Rechnungen nicht ins Unendliche explodieren lässt, indem ein Grundkontingent gedeckelt wird. Also zweieinhalbtausend Kilowattstunden zum Beispiel zu einem günstigen Preis, zehn Cent als Hausnummer zur Verfügung gestellt werden, was darüber hinaus geht, dann zum Marktpreis. Das ist die Idee. Wichtig ist aber, dass man das auf die Haushaltsgrößen kalibriert. Heißt, dass man nicht allen denselben, dasselbe Grundkontingent subventioniert, sondern der Fünf-Personen-Familie mehr als dem Ein-Personen-Haushalt. Sonst passiert es nämlich, dass der Ein-Personen-Haushalt seinen kompletten Stromverbrauch gedeckelt kriegt und dann sind die Sparanreize weg. Plus, wenn die Energieversorger wissen, dass sie, was auch immer sie auf die Rechnung schreiben, dass da eine Kompensation durch den Staat erfolgt, sodass beim Verbraucher nur zehn Cent ankommen und das für ein großes Grundkontingent gilt, für viele Haushalte gilt, dann werden wir sehen, dass die Energieversorger alle auf den höchstmöglichen Preis gehen. Ja, dann wird das sehr teuer. Also deswegen muss man es so kalibrieren, dass es für die Haushaltsgrößen angepasst ist. Und letzter Punkt, wir wollen da eigentlich auch ein soziales Element dabei haben. Das sollte eigentlich gehen, weil wir wissen, dass wir die GIS-Befreiten eigentlich erfasst haben, weitgehend, über die Absenkung der Netzgebühren. Und das wäre ein Weg, wie man es auch ein bisschen sozial staffeln kann. Das war jetzt fast eine Anleitung für die Regierungsparteien. Nächster Bullet Point, Gaspreisbremse. Ist das jetzt ganz anders? Ist das sinnlos? Nein, das könnte man analog stricken, wenn man mag. Die Frage ist, brauchen wir das auch noch? Mir ist jetzt einmal wichtig, dass die Stromrechnungsbremse tatsächlich kommt, schnell kommt. Ich glaube, das passiert auch, dass sie großzügig bemessen wird. Jeder verbraucht Strom, aber nicht jeder verbraucht Gas. Und wenn wir jetzt beim Gas anfangen, dort auch eine Bremse einzubauen, was ist dann bitte mit denen, die ihr Haus mit Heizöl heizen? Und was ist mit denen, die Pellets verwenden? Auch die Pelletspreise sind explodiert. Das Elegante beim Strom ist, dass jeder Haushaltsstrom verbraucht. Und wenn dort das System gut funktioniert und auch großzügig angelegt ist, gibt es eine Entlastung in die gesamte Energierechnung der Familien hinein. Und deswegen würde ich mal sagen, das ordentlich umzusetzen, muss jetzt absolute Priorität haben. Und wenn wir dann in andere Energieformen gehen, wird es einfach kompliziert, weil alle teurer geworden sind. Fernwärme habe ich vergessen. Es ist alles teurer geworden, aber in unterschiedlichen, wird in unterschiedlichen Formen angeboten. Manches ist leitungsgebunden, wie die Fernwärme. Anderes kommt mit dem Lkw, wie das Heizöl. Wer gescheit, wer frühzeitig eingekauft hat, hat andere Preise, wer später eingekauft. Das wird einfach wahnsinnig kompliziert. Von einigen Oppositionsparteien ist auch der Vorschlag einer Mehrwertsteuersenkung gekommen. Was halten Sie davon? Ja, da haben wir einen Dissens. Nein, ich glaube, dass die Mehrwertsteuersenkungen nicht zielgerichtet sind. Sie sind vor allem asozial, weil alle die, die hohe Ausgaben haben, viel konsumieren, weil sie hohe Einkommen haben, natürlich durch eine Mehrwertsteuersenkung auch absolut gesehen die größten Transfers vom Staat bekommen. Also wenn ich um 10.000 Euro Güter kaufe und dort erfolgt dann eine Preissenkung, da kriege ich einen großen Steuerrabatt, als wenn ich um 100 Euro einkaufe. Und deswegen meinen wir, das nicht zu tun. Dazu kommt noch, das wurde ja auch angesprochen, und ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass typischerweise eine Mehrwertsteuersenkung nicht zu 100 Prozent weitergegeben wird. Das kann man auch nicht irgendwie mit einem polizeistaatlichen Instrument überwachen und die Firmen zwingen, dass sie es weitergeben. Die Bezugsgröße ist ja variabel. Also auf was wird denn die 10 Prozent aufgeschlagen? Das ist nicht kontrollierbar, das wäre in einer Planwirtschaft kontrollierbar, sowas haben wir nicht. Deswegen die Mehrwertsteuer teuer, nicht zielgerichtet und die Weitergabe im Sinne einer wirklichen Hilfe für die Haushalte nicht garantiert. Jetzt liegen eben viele Vorschläge am Tisch. Auf welche Priorität soll sich die Regierung Ihrer Meinung nach konzentrieren? Also wir müssen das Problem an der Wurzel packen. Und das bedeutet für viele Güter, nicht nur für die Strom- und Gasrechnung, sondern auch für den Lebensmittelsektor, für viele andere Güter, dass die hohen Energiepreise, die durch den Krieg verursacht werden, die Teuerung auslösen. Wir müssen alles daran setzen, dass wir dort niedrigere Werte kriegen. Also das kann zum Beispiel bedeuten, dass man an der Meritorder versucht, etwas zu ändern. Also der Strom und den Gaspreis entkoppelt. Da bin ich sehr gespannt, was da jetzt Anfang September beim Gipfel der Energieminister auf europäischer Ebene passiert. Das muss man europäisch machen. Das ist leider auch die Realität. Man kann sich wünschen, macht es doch was, Österreich. Aber wenn Deutschland und Italien nicht mitmachen, wir haben einen gemeinsamen Strommarkt, dann müssten wir uns abschotten. Das kann ordentlich ins Knie gehen, wenn wir sagen, beim Strommarkt schotten wir uns gegen Deutschland und Italien ab. Wir brauchen nämlich die Deutschen und Italiener ganz dringend, dass sie das Flüssiggas nach uns durchlassen. Aber wenn wir sagen, unseren Strom kriegt es jetzt nicht mehr, den wir billig gemacht haben durch irgendwelche klugen Instrumente, dann wird das nicht laufen. Also eine europäische Lösung, die das Problem an der Wurzel packt. Herr Felbermayer, vielen Dank für Ihre Einschätzung und ich glaube, da ist ja auch schon das nächste große Thema bei dir, Corinna. Ja, herzlichen Dank, Herr Felbermayer. Und da sind wir tatsächlich drin, das Problem an der Wurzel packen. Viele von den Zutschriften, die wir bekommen haben, drehen sich um die Stromrechnung und das fragen sehr viele. Ich zahle, also zum Beispiel eine Frau schreibt uns, ich zahle seit vielen Jahren mehr, weil ich nur Ökostrom beziehe, nur Wasserkraft und Wind und Sonne. Warum muss ich jetzt für den hohen Gaspreis zahlen? Oder wir haben auch jemanden, der das auf der Straße gesagt hat. Warum ist diese Koppelung zwischen Gas und Strom da? Warum muss der Gaspreis an den Strompreis gekoppelt sein, was sinnlos ist? Wir können in Österreich Strom sehr günstig erzeugen, müssen aber teuren Strom zahlen, weil es ans Gas angeknüpft ist. So, jetzt wissen wir, okay, so funktioniert der Energiemarkt, aber er muss ja nicht so funktionieren. Warum ändert man das nicht? Also ich glaube, in dieser Frage haben wir hier einen Konsens, dass wir das Merit-Order-Prinzip, das der Herr Professor auch ausgeführt hat, nämlich die Koppelung von Gas- und Strompreis, dass das entkoppelt wird. Also alle Parteien sind dafür das akzeptiert. Warum hat er uns dreimal dagegen gestimmt? Nein, weiß ich. Nein, wir vertreten. Im Oktober des Vorjahres, im Jänner, im April hat diese Regierung dreimal gegen die Entkoppelung von Merit-Order, Gas und Strom gestimmt. Jetzt am 9. September ist die nächste Möglichkeit. Jetzt ist ein paar Mal dieses Wort gefallen. Ich muss das jetzt kurz erklären. Der Strompreis setzt sich so zusammen, dass das teuerste Kraftwerk den Preis bestimmt. Und das teuerste Kraftwerk ist derzeit das Gaskraftwerk. Und absurderweise zahlen auch Leute, die überhaupt kein Gas in ihrem Strom haben und auch Länder wie Österreich, die sehr viel Wasserkraft haben, jetzt diesen teuren Gaspreis bei jeder Stromrechnung mit. Jetzt gebe ich mal die Frage weiter. Warum hat die österreichische Regierung dreimal dagegen gestimmt, das zu ändern? Für uns ist notwendig, dass wir für die Menschen das Leben leistbar machen. Und wir sind sehr vorsichtig, wenn es darum geht, fundamentale Eingriffe vorzunehmen, wo man nicht sofort die negativen Auswirkungen als solches abschätzen kann. Wir haben hier in dieser Frage für uns ganz klar das Meinungsbild gehabt, dass sich das System der Mehrheit-Order nicht bewährt zu diesem Zeitpunkt unter diesen Voraussetzungen. Jetzt. Deswegen setzen wir uns dafür ein, dass wir das umsetzen. Und dafür nur ein Gedanken anführen, weil der Kollege Muhitsch früher auch beschrieben hat, wir bewegen uns nicht. Ich möchte nur daran erinnern, dass das SPÖ-geführte Wien zwei Milliarden Euro mehr Belastungen für die Wienerinnen und Wiener macht. Da ist zum Beispiel 45 Euro mehr Fernwärme kostet. Herr Kollege Muhitsch, mit 1. September kann jeder, der eine Rechnung bekommen hat, nachlesen, dass mehr gezahlt wird. Danke, da antwortet jetzt der Herr Muhitsch und dann ist Herr Lackow. Also, was ihr verbreitet an Verunsicherung, mir wundert die 86% der Betroffenen, die da sagen, ich habe Angst, dass ich nächstes Jahr in einer Ormutsfalle schlittere, das wundert mich überhaupt nicht, weil ihr als Regierung eine tätige Verunsicherung auslöst. Die Versorgung in Wien ist nicht gesichert. Es geht darum, dass es eine Liquiditätsgarantie braucht, damit auch die Sicherheit da ist. Und ihr verbreitet es von Spekulationen über Skandal, also mit diesen Negativmeldungen. Ihr sagt es in Mellach, dass das Kohlekraftwerk in Mellach, südlich von Graz, wir verhindern damit, dass die Leute im Winter nicht warm haben in den Wohnungen in Graz. Und jeder Experte sagt, vor April ist es nicht möglich, dieses Kraftwerk in Betrieb zu nehmen. Und ihr geht es her und sagt, da werden die Leute frieren. Also, was ihr Verunsicherung auslöst, das ist euer, das ist euer, diese Umfrage gehört euch. 86 Prozent, was nicht notwendig ist. Und parallel macht sie nichts gegen diese Teuerung. Noch einmal. Das waren die Grünen, Herr Kurzer, die gesagt haben, die SPÖ ist schuld, wenn die Kinder im Winter frieren. Man kann sich jetzt überlegen, ob die Wortwahl eine besonders richtige, passende war. Aber wenn der Verbundchef Strugl sagt, es hätte in Abiener gehen können, glaube ich dem, Entschuldigung, mehr als Ihnen, lieber Kollege. Markus, ich komme aus der Südstraße. Ich will jetzt reden mit den Beschäftigten, ich will jetzt reden mit den Beschäftigten, ich will jetzt nicht immer irgendwas, was ankündigen, was dann nicht geht in der Realität. Ich will jetzt sehr gern drüber reden, nämlich über die Frage des Strompreises, die nämlich tatsächlich auch zentraler ist. Und ich glaube, da muss man schon ein paar Sachen in ein richtiges Lot auch bringen. Die Frage ist, wir wissen, wo die Zukunft der Energiegewinnung, der Stromgewinnung liegt. Und die liegt in den erneuerbaren Energien. Wir müssen raus aus Öl, aus Kohle und insbesondere aus Gas. Das Problem, was immer wieder bei den Debatten war, wie wir denn ein neues Strompreisregime in Europa aufstellen können, ist immer wieder auch darüber geführt worden, wir müssen jetzt Gas subventionieren und Gas billiger machen, um den Strompreis zu verbilligen. Und da sage ich ganz ehrlich, das kann nicht die Zukunft sein. Die Zukunft kann nicht die weitere Subventionierung von Gas sein, noch dazu dann, wenn Gas ohnehin knapp ist. Weil dann haben wir den Effekt, dass in Wirklichkeit auch der Anreiz, Umzusteigen auf Erneuerbare, geringer wird. Und natürlich, es muss eine massive Entkoppelung des Strompreises vom Gaspreis passieren und stattfinden. Da waren wir nie dagegen. Stimmt ihr zu am 1. September? Da waren wir immer dafür, selbstverständlich sind wir für ein neues Regime. Wir sind auch sehr froh, es werden erst einmal überhaupt Modelle präsentiert. Also ich habe keine Ahnung, lieber Kollege Muchitsch, da bist du offensichtlich besser informiert als alle anderen auf dieser Welt, was für ein Modell denn dort vorliegt. Da wird einmal darüber diskutiert, überhaupt, was es für Ideen gibt. Die Griechen haben ein Modell, die Spanien haben ein Modell, auch in Österreich. Aber die Regierung hat ja ihre Meinung geändert. Sie war davor nicht dafür, jetzt ist sie dafür, das zu ändern. Ich glaube, die Frage ist nicht, ob sich die Meinung geändert hat, sondern was ist der Schwerpunkt, wo wollen wir hin? Und wir wollen in Richtung erneuerbare, nachhaltige Energiegewinnung und Stromproduktion, die nicht mehr vom Gas abhängig ist, weil wir uns weder von Despoten noch von Russland noch von jemand anderem abhängig machen wollen. Frau Belakowitsch, das sind alles wunderschöne Worte. Das ist die Realität. Die Frage ist nur, wie werden wir jetzt diesen nächsten Winter hier überstehen? Und da haben wir nicht die Möglichkeit, der erneuerbaren Energien innerhalb von wenigen Wochen die auszubauen. Das wissen Sie ganz genau so. Das wissen wir, genau. Die Strompreise explodieren und es explodieren die Gaspreise. Und da möchte ich schon dem Professor Felbermayer auch widersprechen, zu sagen, Gas bezieht nicht jeder, aber abhängig sind letztlich alle Österreicher vom Gas, weil sehr viele Industriebetriebe vom Gas abhängig sind, auch Lebensmittelindustrie, Bäckereien, Molkereien. Das heißt, wenn die Gaspreise weiter explodieren, werden auch die Lebensmittelpreise explodieren. Und daher muss man dort einfach auch einmal sich hinsetzen und überlegen, wie können wir dieses Problem lösen? Und da sehe ich leider überhaupt nichts, weil sie alle verbohrt sind und alle nur nach Russland schienen und sagen, die Sanktionen und Schuld ist ein Despot. Mag sein. Nur die Frage ist, wie kommen wir jetzt raus? Wir sind nun einmal abhängig. Das müssen wir uns alle miteinander eingestehen. Und wenn es eben so ist, dass Putin sagt, wie die gesamte Ukraine und Selemsky sagt, er will auch die gesamte Ukraine, dann werden sich diese beiden Herren trotzdem einmal an einen Tisch setzen müssen und irgendwo in der Mitte finden müssen. Es kann nämlich nicht sein, dass wir in Europa das alles ausbaden müssen, dass unsere Bürger einfach sich das Leben nicht mehr leisten können und dass 86 Prozent Angst davor haben, in die Armutsfalle abzurutschen. Das heißt, man muss kurzfristig halt auch einmal überlegen, vielleicht macht diese Regierung einmal einen Druck auf Deutschland, dass Nord Stream 2 geöffnet wird, dass wir diesen Winter vielleicht ausreichend gaben. Aber das muss man nicht sagen. Nein, nein, nein. Nein, nichts. Genau, das ist es. Sie geben locker Geld aus für Kofag, für alles. Aber wenn es darum geht, den Bürgern zu helfen über einen Winter, vor dem wirklich, also praktisch alle Angst haben, dass sie sich das Leben nicht mehr leisten können. Sie rufen dazu auf, die Sanktionen gegenüber Russland zu beenden. Das machen Sie gerade. Das war doch klar. Es werden Sanktionen ausgesprochen. Eine Sanktion hat eine Gegenreaktion. Aber die Sanktionen werden auch nicht aus Jux und Dollerei gemacht. Ich bitte Sie. Bitte? Die werden auch nicht aus Jux und Dollerei gemacht, sondern weil ein Staat, der von einem Despoten geführt hat, ein anderer Staat einfach angegriffen hat, militärisch. Und unsere Bürger müssen es ausbaden. Auch schon einmal drüber nachgedacht. Da bin ich schon näher beim Kollegen Kutzer. Ja, das ist ja gerade Man muss halt ganz objektiv hinschauen, dass der Putin den Gashahn schon langsam zugedreht hat, lange bevor der Ukraine-Krieg begonnen hat. Und jetzt kann ich die Nord Stream 2 eröffnen, aber wenn der kein Gas durchschickt, kommt auch durch die zweite Leitung nichts. Und daher müssen wir uns überlegen, wie wir überhaupt weniger Gas brauchen. Das ist nämlich ein Thema, das kommt in Österreich nicht vor. Wir würden daher statt des Preismodells vom Felbermeier, würden wir vorschlagen, liebe Bürger, wenn ihr einspart, bekommt ihr in dem Ausmaß, in dem ihr einspart zum Vorjahr, dann auch eine Gutschrift. Also wenn ich 20 Prozent einspare, bekomme ich für die nächsten 20 Prozent eine Gutschrift. Wenn ich 25 Prozent einspare, das Sparen sich doppelt lohnt, einen Sparanreiz setzen, damit sich die Leute überlegen, wie kann ich meine Kosten senken, indem ich selbst einen Beitrag leiste und nicht, indem ich den Staat einen Beitrag leisten lasse, allein. Ich möchte einmal noch an Sie geben, wir sind fast am Ende der Sendung, aber tatsächlich steht ja, man hat es jetzt gesehen in den letzten Tagen, ein Winter vor der Tür, wo tatsächlich Putin den Gashorn zudrehen könnte. Das ist nicht mehr etwas, das ein Schreckgespenst ist, das kann tatsächlich passieren, wir erleben es immer wieder. Ist Österreich gerüstet? Also diese Regierung gibt Sicherheit, diese Regierung handelt. Wir haben ein Energielenkungsgesetz einstimmig beschlossen und ich möchte das aufklären, was früher so gekommen ist, wo wir, weil wir wissen, dass Putin seine Spiele und Überlegungen mit Europa, mit dem Gashahn treibt, dass wir Sicherheit brauchen für Österreich und haben deswegen den gesetzlichen Rahmen geschafft, dass die wesentlichen Kraftwerke umgerüstet werden können, zum Beispiel auf Biomasse, dass sie einfach für Strom und für Wärme in den Wintermonaten sorgen. Die Opposition hat hier dagegen gestimmt und hat leider dieses Sicherheitsbackup nicht zugelassen. Das zum einen. Zum Zweiten, dass die Wien Energie Fernwärmepreise erhöht hat, hat nichts mit der aktuellen Diskussion zu tun, das haben Sie jetzt ein bisschen verwechselt, Herr Kollege Muhitsch, sondern das ist Faktum, 45 Euro mehr Belastung, 92 Prozent ist es eine quasi Verdoppelung der Fernwärmepreise für Wien von zwei Milliarden. Lassen Sie mich das bitte noch, dieses abschließendes Argument. Oder ist Kärn da ausgenommen worden? Nein. Oder ist es jetzt ein Wien-Bashing? Nein, es ist kein Wien-Bashing, das ist sachlich, das sind alles Fakten, das können Sie alles, und Sie kennen das auch. Und zu den Sanktionen. Gott sei Dank. Das große Bild für uns ist, unser Ziel ist es gemeinsam, innerhalb der Europäischen Union Frieden und Wohlstand zu verbreiten. Und ich warne hier davon, dass wir abgehen davon, dass wir diesen gemeinsamen, die Einigkeit von Europa hier auf Spiel setzen. Wir wünschen ja den Wohlstand, die Generationen aufgebaut haben. Wir wünschen uns eine Weltordnung, wo Spielregeln gelten und nicht das Recht des Dschungels, wo der Stärkere einfach tun und lassen kann, was er möchte. Herzlichen Dank. Danke für diese engagierte Diskussion. Danke an Sie, die uns so viele Fragen geschickt haben. Danke an alle, die im Publikum Fragen gestellt haben. Falls Sie sich fragen, was ist denn da jetzt passiert bei der Wien Energie, die ein paar Mal aufgepoppt ist, wenn Sie jetzt auf Puls24 schalten, dann sehen Sie die Politik Insider mit dem linken Ökonomen Stefan Schulmeister und Jan Kluge vom wirtschaftsliberalen Think Tank Agenda aus. Sie diskutieren genau darüber und ich darf Sie einladen, morgen um 20.15 Uhr hier auf Puls4 gibt es eine Premiere und zwar von unserem neuen Abend, der exakt heißt, mit Reportagen, da werden die heißen Eisen angefasst. Es gibt Studiogäste, morgen Matthias Strolz und morgen freue ich mich sehr, wenn Sie dabei sind und jetzt danke fürs Zusehen hier auf Puls4 beim Teuerungsgipfel. Vielen Dank.